Wir müssen ja weg, Lara. Da ist jemand getroffen. Ich? Ich? Mensch, Jan, jetzt spiel doch bitte nicht dieses kleine, blöde Spießermädchen. Warum müssen wir eigentlich schon wieder umziehen? Du fandest es doch scheiße hier. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass wir umziehen, nur weil ich es hier scheiße gefunden habe. Wir leben im Untergrund. Was für ein Untergrund? Sie hat sich verliebt und wir machen sie fertig. Das ist ein Untergrund. Der macht es sehr genau, weil wir